Der Ziel ist heute starten vor der ersten Sekunde und wir haben das gemacht. Wir haben gegen die Europameister Spanien gespielt und sind spielerisch richtig stark. Aber gut gekämpft. Wir haben ohne Chancen. Wir haben, ich denke, die zweite Welle, Gegenstoßtore gemacht. Und gut war, dass der Jungs geglaubt, dass er heute Spanien schlagen kann. Das war schön zu sehen und die Spanien haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Wenn ich eine Rote bekomme, war es sicher Rot. Ich bin zu spät dazugekommen und es tut mir natürlich auch leid. Der Nine-Nine war so ein bisschen dumm, weil ich denke, der Mannschaft hat sich ihnen helfen können. Es waren Kleinigkeiten. Vergebene Chancen im Konter oder überhaupt vergebene Chancen. Und dann auch technische Fehler, die uns eingeschlichen sind im Konterspiel. Das darf man sich gegen so eine Top-Nation nicht leisten. Ich denke, sonst hätten wir es vielleicht noch spannender gestalten können. Wir haben jetzt noch zwei Spieler Gas geben. Das schaffen wir zweimal 60 Minuten. Ich denke, wir haben eine gute Rekommission. Wir haben drei Physios. Ich denke, Jungs können in unserer Halle mit 8.000 Fans noch zwei Spieler kämpfen. Danke. 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 Danke.